lila löhle kommt zurück zu einer weiteren folge von 20 maßarbeiter geht es auf die ohren bitteschön die habe ich noch nicht gemacht also was man so täglich macht den kannst du lassen das habe ich schon fähig der befehl 9 einmal wenn wir noch 37 so wenig egal ich habe glaube ich jetzt die 5 ich bin fertig mit der neuen klau aber sofort nach 30 30 habe ich okay wir sind hier schon die ersten drei heidrachen glaube ich jetzt haben wir schon mal immer das auch die frage welche stufe bin ich hatte fakt ist nichts nichts neues ach genau hier ein tran trends dünnerstab 6.4 jahre doch ein bisschen das glaube ich nix nicht stehen wir 59 und so weiter es ist hier erhalten dass man starb wenn es ab 60 stufe 850 und da oben lesen die gottes spitze kann sie doch machen können eigentlich nirgendwo die 1 60 db achten scheißen ok er doch mal habe ich glaube ich erst gemacht ja ja doch noch nicht so viel haben wir nicht können ich nichts machen lassen wir hier die anderen unten erwarte ich was der beste letzte drache ist er für artikel was jetzt immer für ein element noch ein bisschen merkt man bei nix genau sind dort fähigkeits damit neues urteilsklinge machen wir die ausschlecken wie gesagt hier wasser drache sowie ersten reinen schönen wasser drachen so stufe bin ich nein hier da komme ich nicht sehr weit weit denken machen wir da weiter ja 1921 fangen jetzt an wäre mich immer näher der 10.000 wird noch ein bisschen dauern aber sie ist erst mal wasser drache fähig machen also noch bis ich beim letzten drachen bin vielleicht gibt danach noch ein durchgang weil sie nicht der moment ist nicht da 9000 10 10.000 müssen wir warten jetzt ende bei den runen wie weit es hier geht also über 10.000 klar wie hoch bei 11.000 kann man sehen bin mal heraus er geht auch unendlich weiter aber ich kann aber er da ich nehme mir damit will ich jetzt noch jemand von euch die die spiele zwischen allen die sie wieder ließen die den eierkippen es sind das hängt mich gerade sehr stark dann ist eigentlich fühlt sich dürfen nicht locker kommen und danach komme ich nicht sehr weit oder muss ich bin jetzt bei 9041 stieg erst mal jetzt fest gold brauche ich ungefähr 23 24 es reicht weg wie hoch die ruhe gehen bin gespannt die ersten habe ich schon auf über 60 und gucken wie hoch es geht ich noch was trinken also im bettabiert moment wo es sehr warm ist es so wichtig dass man sehr viel trinkt also mindestens drei liter pro tag sollte man trinken bei so einem wetter damit viel auch ausschwitzt so gold sehr schön auch wenn ein bisschen der männer habe ich schon mal drei die ersten drei wasser drachen müssen jetzt die wasser drachen so sehr fällig die 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 ja wie weit kommen jetzt bei so genaue ich hatte meistens nie drauf wie weit die kamen immer schnell weg neu machen ist einfach ich habe mir auch noch geht jetzt schon und ganz schön weit sonst gibt es nichts neues ich mache wie immer sonntags 12 uhr ziemlich wenn ich bin sie 14 bock drauf hat auf tütsch links alles in der beschreibung wie immer über jeder folge ja dort wieder 49 ich lasse es an wie war weit verkommen ganz einfach und noch ganz schön weit das wäre der bus oder ein bus auch kein problem gewesen auf den nächsten er könnte ja erraten wie war weit ich komme und erraten ein reiner essensseitig so geht es in 1953 war immerhin immerhin kann ich sehen lassen dann mache ich aber auch den schluss heute sehen uns sie ist im kurs nächsten folgen und mit dem master ist dahin schön